Ich werde nicht von meinem Schicksal davonlaufen. Oder vor dir. So, kleine Lichtschwertparade gefällig. Die haben wir, glaube ich, auch letztes Mal deutlich gewonnen. Palm, Junge. Okay, ein paar Rebellensoldaten, aber ich würde eigentlich gerne an ihnen dranbleiben. Du hättest nicht herkommen sollen. Ja, fahr zu nah. So, ich möchte eigentlich nur die kurz plätten einfach. So, Lichtschwertschleuder. Der hat einfach nicht so viel auf dem Kasten, der gute Luke. Na los. Das ist auch noch. Also gegen den Imperator waren das dann natürlich andere Battles, die wir da auszutragen hatten. Aber das ist hier natürlich auch Luke. Alter, wie viel hält der aus? Wir haben ihm doch schon so viel Damage gemacht. Luki-Boy, also das finde ich jetzt wirklich ein bisschen lächerlich. Wir sind natürlich auch viele Feinde. Das ist ein geiler Kampf. Versteht mich nicht falsch. Aber ich finde... Ein bisschen mehr... Alter, ich wollte gerade hochspringen. So, das hier sind auch Sturmtruppen. Von denen sollte ich vielleicht nicht so viel Energieregeneration erwarten. So, schön gegen die Wand geklatscht. Und weiter geht's. Ja, ist das so? Jetzt machst du mir gerade... ...entscheidend viel Schaden. Das macht mich ehrlich gesagt wütend. Na warte, na warte. Das kannst du mit mir nicht machen, Junge. Ich bin ein Sith-Lord, Kollege. Okay, er hat jetzt ordentlich was abbekommen. Aber er lässt uns gerade auch nicht wirklich von uns ab. Boah, ich glaube da haben wir den einfach mal in unsere Sturmtruppen gehauen. Da hinten ist er, ganz am Bildrand. So, mein Freund. Ende Gelände. Fliegengelchen. Bisschen lauter sprechen, bitte. 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 Der Imperator hätte einen stärkeren Schiffen schon. Was? Du hast gar kein gefallener Luke. Aha. Ah, das könnte jetzt eine nervige Angelegenheit werden. Ich kann die Dome-Seite gegen dich nutzen. Ach ja. Okay, das ist nicht gut. Ich glaube, da sollten wir uns fernhalten von ihm. Ja, das macht ihm nichts aus, oder was? Zack. Okay, da hat er uns gut ausgekontert. Das gestehe ich ihm ohne Probleme zu. Ah, linker Stick, okay. So, Kollege. Das hat sich ausgelugt. Zack. Aua. So. Er labert irgendwas von Ben Kenobi, habe ich gehört. Aber erstmal hat er gerade richtig fett aus Fressbrett bekommen. Nein, 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 nein. Okay, nicht von diesem Blitzen. Alter, das hat richtig Schaden gemacht. Wir können ihm nicht mal entfleuchen. Boah, Hälfte Leben, das haben wir ihm abgezogen. Aber der Typ ist krass drauf. Da müssen wir schon Wege finden, ihm richtig Schaden zu machen. Ja, jetzt hat er uns schon innerhalb von zwei Zügen, ich glaube, die Hälfte an Schaden gemacht. Wie kann ich dem denn ausweichen? Einfach weggehen, oder was? So. Na komm. Was? Nicht geschafft, oder was? Das ist ja wohl eine Frechheit. Alter. Ja. 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 Scheiße. Ey, wir haben hier doch Feinde. Wir haben hier doch irgendwo Feinde. Ich muss meine Energie aufladen. Ich höre die hier doch. Nein, diese Blitze killen uns wieder. Boah. Okay, aber da kommen irgendwann Feinde, glaube ich. Krasser Kampf, aber wir können es packen. Ja. Komm her, Junge. Da habe ich dich am liebsten. So. Das sollte easy sein. Ja. Also ich habe noch nicht ganz gerafft, wie diese... Ja, okay. Alter. Das macht ja so krank viel Schaden. Okay. Rebellitos. Ah, nie. Ey, ich habe drei Rebellen. Naja. Okay. Es wird wohl ein härterer Kampf werden. Und wenn ihr diese Blitze wirklich lang durchzieht, guckt euch das an. Wie viel Damage er macht und wir haben keine Chance, es abzublocken. Sicherlich gibt es irgendwie eine Chance, aber... Oh, ja, Luke. Du bist krank. Ja, das blockt er immer. Oh, jetzt haben wir aber richtig verkackt. Oh, Mann. Das blockt er jetzt alles ab. Und wir können nicht mal, wenn wir direkt vor ihm stehen, wir können nicht mal in den direkten Angriff übergehen, leider. So, im erneuten Duell gegen den gefallenen Luke, wo wirklich jetzt mal alles perfekt laufen muss, damit wir jetzt hier wirklich auch mal eine Chance haben. So, das war jetzt nochmal sehr in Ordnung. So, da konnten wir auch nochmal ein, zwei Angriffe anbringen. So, und jetzt in der Ecke fest zementieren. Wir haben schon gesehen, was seine Stärke ist. Genau das nämlich. So. Aber jetzt haben wir eben richtig ordentliches Damage schon mal gemacht. Jetzt müssen wir ja gucken, dass wir darauf aufbauen. Okay. Abwehren, 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 abwehren. Ah, okay. Das war jetzt nicht so gut. Zack, das war aber dafür wieder sehr gut. Okay, dann hat er uns erwischt. Aber das macht halt nicht so viel Damage. So, Junge. Jetzt ist lange mir mal Schicht im Schacht. Du hast uns lange dominiert, jetzt sind wir an der Reihe. Na bitte, es geht doch. Was ein Kampf, Leute. Aber dieses Mal sind wir ihm zuvor gekommen. Und tschüss, Junge. Das ist jetzt nicht mehr wirklich schwer, dieser Teil. Da kann man mehr genießen und sich zurücklehnen. Vor allen Dingen hier. Ich noch nicht ganz, aber... Das sollte es gewesen sein. Der rasende Falke. Sehr gut. Mein Lehrling. Hm, okay. Project Lead, Julio Torres. Ja, und damit sind wir wohl mit der Hoot-Kampagne durch. Dieser letzte Kampf, Leute, Alter. Da haben wir echt ein paar Versuche gebraucht. Der war richtig, richtig krass. Eben hatten wir auch nicht viele Lichtschwertparaden oder Machtdingsnis oder so. Aber wir haben halt seine Blitze, die wirklich krass wie Schaden gemacht haben, nicht zum Einsatz kommen lassen. Und ihn wenig in die Ecken gesmashed. Muss man wirklich, glaube ich, auf dem Schwierigkeitsgrad einen ziemlich perfekten Kampf erwischen. Wo man wirklich alle Kombos perfekt anbringt, um das zu schaffen. Aber das war das erste der drei Bonus-Level oder der drei Bonus-Kampagnen, kann man fast sagen. Hier sehen wir nochmal die Credits. Muss ich ehrlich gesagt sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen, dieses Level. Hat nochmal richtig Spaß gemacht. War sogar deutlich spaßiger als einige andere Level. Fand ich coole Gegner. Der Höte-Schwierigkeitsgrad hat dann nochmal, ja, sei nötig, sich das dazu getan. Hat nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen Würze dazu gebracht. Und dieser Kampf am Ende war, glaube ich, auch der Schwierigste, den wir bisher im Let's Play hatten. Also da war der Gegner Imperator, da haben wir zwei Versuche gebraucht. Hier waren da schon einige mehr. War deutlich einfacher. Aber sehr cool, wo hier die Geschichte auf Hot erzählt wurde. Und dann in der nächsten Folge von, sozusagen der Bonus-Edition von Star Wars, The Forced Unleashed, werden wir dann das nächste machen. Ich weiß gar nicht, welche das ist. Ich müsste jetzt lügen. Aber wir werden das schon rausfinden. Mir hat es auf jeden Fall eine richtig große Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, das hat man auch ein bisschen gemerkt. Ist eben die Ultimate Civ Edition, abseits vom Spiel her. Und generell, das Setting einfach, in die fünfte Episode hat man sich wirklich zurückversetzt gefühlt. Dass Luke dann am Ende so richtig overpowered wurde. Der erste Kampf war super easy. Der zweite ging einigermaßen klar. Und der dritte war einfach nur noch krank, fand ich. Weil er einfach so mega viel Schaden gemacht hat und über viel ausgehalten hat. Die beiden Komponenten haben es dann einem echt schwer gemacht. Achso, Starkiller, Emperor Palpatine. Jaja, BWG Schmauhort, Obi-Wan Kenobi, Captain Kina, Lieutenant Maaßen. Achja, und was ich, genau, das wollte ich noch sagen. Irgendwie waren die Untertitel hier oder die Gespräche sehr, sehr leise. Ich weiß nicht, ob das generell ein Fehler dieser Kampagnen ist oder ob das irgendwie an meinem Spiel lag in dem Fall. Dafür entschuldige ich mich natürlich. Aber dafür haben wir auch die Untertitel. Wenn man ganz genau hingehört hat, ich habe mich immer auch versucht, abseits des Kampfes zu stellen und zu schweigen. Dann hat man das, denke ich, schon einigermaßen mitbekommen können, was die Herren da Wichtiges zu sagen hatten. Aber auch, dass Luke dann eine dunklen Seite verfällt. Und hier ist schon eine ganz coole Idee. Haben sie auch gut umgesetzt, finde ich. Nur, dass er dann stärker als Imperator war. Kann natürlich auch alles an den Schwierigkeitsgrad hier liegen. Da bin ich mir nicht so sicher, inwieweit der, dass wir jetzt hier wirklich auf Sith Lord gespielt haben und nicht mehr auf Sith Krieger, inwieweit der da mit reingespielt hat. Aber, ja, wir werden uns jetzt einmal hier diese Credits angucken. Und nach den nächsten beiden dann nicht mehr, würde ich sagen, würde ich vorschlagen. Dann haben wir das schon durch. Und ich glaube, wir sind jetzt auch ziemlich am Ende. Human Resources gibt es natürlich auch immer. Das Lizenzierungsmäßige von Lucas Ars. Der Rodriguez, der Präsident. Pixelum. Jetzt haben schon die großen Firmen hier durch, die dabei mitgemacht haben. Und, ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder über einen Daumen hoch freuen. Es geht weiter mit den Bonus, ich sage einfach mal Bonuskarten von Let's Play Star Wars The Force Unleashed. Ich bin immer noch nicht sicher, welches Spiel als nächstes kommen wird. Wahrscheinlich Star Wars Battlefront, aber viele haben ja auch gesagt, den zweiten Teil hiervon. Ich werde es mir überlegen, Battlefront ist ja auch nicht so lang. Das könnte man kurz dazwischen schieben. Very special, thanks George Lucas. Dafür spielen wir jetzt hier auch die Bonuskarten. Aber wenn ihr mich von der Meinung abbringen wollt, Battlefront 2, erstmal kurz dazwischen zu Let's Playen. Gerne nochmal Anmerkungen in die Kommentare. Da bin ich sehr offen für. Ja, und das war ja jetzt die erste Karte, das war Rot. Und dann wird es in der nächsten Folge weitergehen mit der nächsten Karte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr einen Daumen hoch geben, hatte ich schon gesagt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.